die hälfte des jahres ist fast schon wieder rum und ja wir haben juni liebe leute und da kommen wieder ganz viele neue cosy games raus die ich euch heute in diesem video vorstellen werde aber nicht nur das denn ich möchte euch zum schluss des videos auch noch ein paar wichtige news mitteilen auf die ich mich persönlich sehr sehr freue also ihr werdet dann sehen um was es geht und damit servus und herzlich willkommen schön dass ihr wieder zurück seit bei playfull dodo auf diesem cosy gaming kanal ich habe euch ganze acht wunderbare games rausgesucht die diesen monat released werden und ich kann euch vorab schon sagen alle diese games sind auf deutsch verfügbar sie release entweder für pc nintendo switch xbox playstation und eins ist auch dabei das erst im early access erscheint guckt euch die games an und erzählt mir dann in den kommentaren welches dieser games ihr diesen monat definitiv spielen werdet beginnen wir direkt mit dem ersten game in diesem monat und zwar ist es feier seit das released für den pc und für die nintendo switch am vierten juni der weg ist das ziel unter genau diesem motto steht feier seit du wachst an einem die unbekannten ort auf und wirst ab da eine wundervolle und magische reise erleben du wirst bezaubernde charaktere kennenlernen und kannst mit ihnen gemeinsam am gemütlichen lagerfeuer freundschaften schließen oder sogar bündnisse eingehen während ihr euch kennenlernt werden einige der charaktere aufgaben für dich haben du entschließt selbst ganz ohne stress und eile ob du ihnen diesen gefallen tust oder nicht tausch geschäfte können dir dabei helfen dein neues zuhause an diesem ort aufzubauen später kannst du dort auch deine neu gewonnenen freunde hin einladen und eine gemütliche zeit miteinander verbringen ebenso am vierten sechsten release dann ein sushi game rolling hills make sushi make friends release nämlich dafür pc und xbox ein lebenssimulations game in dem du einen roboter spiel ist dessen mission es ist den besten sushi laden ever aufzubauen umso besser dass die einwohner von rolling hills gerade auf der suche nach einem nachfolger für ihren örtlichen sushi laden sind also rein da rezepte suchen und lernen am örtlichen markt die besten zutaten kaufen und ab in den sushi laden die bewohner freuen sich darüber dass ihr bedürfnis nach sushi endlich wieder gestillt wird und dabei können wir auch für die expliziten geschmäcker der bewohner achten und darauf eingehen wenn wir uns mit ihnen zum café treffen erfahren wir auch noch mehr über ihre vorlieben und können so zum absoluten sushi meister werden ich persönlich habe mir die hollywood studios in la bereits angeguckt und es war ein absolutes highlight unserer amerika reise und jetzt kommt auch ein game raus das genau hollywood aufgreifen am sechsten sechsten release nämlich blockbuster inc für den pc blockbuster inc ist ein hollywood simulator wolltest du also schon immer mal deinen eigenen film drehen oder wissen was da alles genau dahinter steckt na dann los ab nach holly filmwood hier kannst du über alles entscheiden was deine nächsten blockbuster betrifft baue dein studio und entscheide wie es eingerichtet wird stelle die perfekten films sets zusammen die am besten zu den szenen passen ach ja und vergiss nicht deine schauspieler zu casten und die besten für deine rollen einzustellen du entscheidest sogar welche kostüme deine schauspieler in den jeweiligen szenen tragen sollen nicht nur dass du die nächsten schauspieler sternchen entdecken kannst du kannst ebenso preise für deine filme bekommen wie gesagt das war ein absolutes highlight und ich war mega begeistert von den hollywood studios dort und ich finde es so toll dass jetzt dahingehend ein game rauskommt in dem man seine eigene hollywood studios bauen kann bin richtig gespannt was dieses game drauf hat am sechsten juni kommt auch noch ein weiteres game für den pc raus und zwar koroneko achtung cuteness overload koroneko ist ein super süßes puzzle game im kawaii stil in diesem game warten über 100 puzzles auf dich diese löst du gemeinsam mit deinem kleinen kätzchen koru außerdem puzzle steckt in den game auch noch eine story denn der süßeste gegner überhaupt strawberry möchte die weltherrschaft übernehmen doch das wollen wir gemeinsam mit koru verhindern keine sorge das gameplay ist definitiv stressfrei und ihr könnt euch alle zeit der welt nehmen um dieses super süße game voll und ganz zu genießen am 13 juni kommt dann noch ein puzzle game raus und zwar chill seekers auch für den pc chill seekers ist ebenso ein kleines puzzle game nur diesmal nicht mit einer katze sondern mit süßen kleinen pinguinen die ihr geschickt ins wasser befördern müsst ohne dass sie gegeneinander stoßen in diesem game gibt es über 75 levels aber auch einen level editor in dem ihr eure eigenen puzzles kreieren könnt ja und dann kommen wir jetzt zu einem game das am 14 juni released wird und eigentlich habe ich das in meinem video schon angekündigt aber einen tag bevor dieses game released werden sollte wurde das release date verschoben auf dem 14 juni und zwar handelt es sich um sunny side sunny side soll für den pc playstation und xbox release und da ich das in meinem video schon erwähnt habe hier jetzt nur ganz kurz sunny side ist ein japanischer lebens und farming simulator wir haben uns dort ein grundstück gekauft und wollen uns dort unser neues zuhause aufbauen wir haben die möglichkeit tiere zu halten und können uns mit den bewohnern des kleinen örtchens anfreunden in sunny side gibt es moderne technologien die wir dafür nutzen können uns die farmarbeit zu erleichtern wir können die geschichten unseren neuen nachbarn kennenlernen sowie uns auf die ein oder andere romanz sein lassen ich hoffe dass die zeit wirklich diesen monat rauskommen wird da es ja so beschrieben wird als die revolution der farming games mit der modernen technologie und auch wie es aufgebaut ist und auch vom artstyle her es ist sehr sehr realistisch gehalten und deswegen bin ich gespannt ob sie diesmal das release datum einhalten können und bitte nicht einen tag vorher sagen nee das kommt doch nicht raus ich hasse sowas kennt ihr eigentlich noch supermarket simulator einige meiner kollegen streamen dieses game immer noch auf twitch obwohl das jetzt wirklich schon eine weile draußen ist aber es ist einfach so gut gelungen obwohl es einfach so ein simpel simulator ist und wenn jetzt aber lebensmittel nicht so euer ding ist dann habe ich vielleicht genau das richtige für euch clothing store simulator released nämlich im early access am pc am 17 juni im clothing store simulator könnt ihr ganz einfach einen klamottenladen eröffnen ihr könnt mode entwerfen und ausstellen aber auch markenkleidung verkaufen sobald ihr dafür die lizenz erworben habt es ist aufgebaut wie im echten leben denn man beginnt mit einem ganz kleinen laden und kann diesen mit der zeit immer weiter vergrößern und auch verschönern gerade der grafikstil erinnert mich sehr krass an supermarket simulator ich bin gespannt wie das game wird aber es kommt ja im early access raus deswegen sind bugs und alles mögliche noch normal zuletzt haben wir noch einen nintendo switch release und auf diesen release freue ich mich besonders denn dieses game ist bereits für alle anderen plattformen verfügbar kommt aber jetzt am 27 juni für die nintendo switch raus und es handelt sich um chia ich hoffe ich spreche es richtig aus hier oder chia ich weiß nicht endlich bekommen wir mal wieder ein wunderschönes open world game auf die switch chia ist bereits im märz für andere plattformen erschienen kommt jetzt aber auch für die nintendo switch raus ich kann nur hoffen dass es auch einwandfrei laufen wird aber wir hoffen mal das beste wir spielen hier ein kleines mädchen das sich auf einer rettungsmission befindet ihr vater wurde nämlich entführt und wir wollen ihm helfen und ihn zurück nach hause holen die mechanik der seelensprünge in diesem game ist etwas ganz besonderes chia kann sich nämlich in jedes tier und jeden gegenstand verwandeln der uns begegnet so können wir wie ein vogel die gegend erkunden oder uns als insekt zu den verschiedensten verstecken zutritt verschaffen deiner kreativität sind keine grenzen gesetzt die kleine ukulele die uns auf unsere reise begleitet wird uns helfen verschiedene ereignisse auszulösen so können wir auf der ukulele spielen um zum beispiel tiere anzulocken oder es regnen zu lassen generell wird die musik sowie der schöne artstyle von dem game groß gelobt und ich bin gespannt wie das game auf der nintendo switch laufen wird ich muss euch ehrlich sagen auf dieses game freue ich mich diesen monat am meisten ich habe es nämlich noch nicht gespielt aber mal gucken wie es auf der nintendo switch läuft soweit waren das die neuen releases im juni jetzt kommen wir zu den news und zwar habe ich drei große events die ich euch jetzt ankündigen werde wenn ihr dieses video seht dann läuft eines dieser events schon das läuft vom 30 mai bis zum 4 juni und zwar handelt es sich um das cozy and family friendly game celebration event auf steam im zuge dieses events wurden sogar auch awards an verschiedene spiele ausgeteilt zum beispiel bestes cozy game oder best hidden gem der versteckte juwel unter den games und ich darf euch jetzt sagen dass ich teil der jury war bei diesem event und bei diesen awards was für mich natürlich eine große große ehre war und ich kann euch nur empfehlen guckt auf steam vorbei es gibt so viele tolle games dort zu entdecken und irgendwo auf der steam page bin auch ich versteckt bin gespannt wer mich von euch finden kann als nächstes haben wir am 8 juni auch noch die holz und direkt und die holz und direkt ist eigentlich für uns cozy gamer das krasseste ankündigungs event dass es eigentlich im jahr so gibt denn in der holz und direkt werden dieses jahr wieder über 70 cozy games angekündigt und auch hier darf ich euch jetzt verkünden dass ich teil von holz und direkt bin als offizielle co streamerin das bedeutet ich werde am 8 juni live sein und offiziell dieses event co streamen also schaltet gerne dort am 8 juni um 18 nur auf twitch ein denn dann findet dieses event statt ich freue mich wenn ihr damit dabei seid das ist ein einmaliges event also das wird auch nicht auf youtube hochgeladen das wird wirklich nur live auf twitch sein also schreibt es euch in den kalender damit ihr das nicht verpasst das letzte event das im juni dann auch noch stattfindet ist steam next fest und steam next fest ist auch ein riesengroßes ding das findet vom 10 bis zum 17 juni statt es geht immer über eine woche und da gibt es hunderte von demos gratis anzuspielen auch manche demos nur in dieser woche und da werde ich euch natürlich auch noch einen überblick davon verschaffen welche cozy game demos da neu rauskommen apropos demo ich kann euch auch sagen dass am 30 mai die demo von tinyglade rausgekommen ist ein cozy game dass wir alle cozy gamer schon sehr lange im blick haben da kann man so ruinen bauen und schafherden erschaffen und man ist einfach so ein erschaffer von einer großen welt die super schön aussieht und die demo ist dafür auch schon verfügbar also guckt auf steam vorbei das game ist wirklich einzigartig also guckt es euch an hier ist auch noch ein anderes video falls ihr das verpasst habt und das war's was ich euch für diesen monat erzählen wollte ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag habt einen schönen monat bis zum nächsten mal ciao